Heute backen wir Waffeln. Dazu brauchen wir 250 Gramm Mehl, 200 Milliliter Milch, 125 Gramm Zucker, eine Packung Backpulver, eine Packung Vanillezucker, drei Eier und 125 Gramm Margarina, eine Prise Salz. Als erstes mache ich die Eier in den Mixer. Dann kommt das Zucker hinzu. Dann das Vanillenzucker. Und verrühle das auf der höchsten Stufe. Anschließend kommt die Margarina hinzu. Eine Prise Salz. Milch. 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 Und lasst es 8 Minuten rühren. Nach 8 Minuten machen wir es aus. Packen ein bisschen Öl auf den Waffeleisen und fangen an mit der Waffel. Nimm ungefähr eine Kelle und verteilen es Fleischmäßig. Schließen das Ganze und warten. Machen wir es ein bisschen Köln-Rolles. Und nehmen ein bisschen Puderzucker dazu. Machen wir es ein bisschen Köln. Guten Appetit! Machen wir es ein bisschen Köln. Machen wir es ein bisschen Köln.